Hallo und herzlich willkommen meine Abonnenten und liebe FIFA-Zocker da draußen. Das ist jetzt mein letzter Aufruf, um euch zu sagen, bestellt FIFA 12 vor oder bestellt FIFA 12 über meinen Link in meinem Kanal oder in dieser Videobeschreibung. FIFA 12 erscheint offiziell am 29. September, also am Donnerstag. Und wenn man bis Mittwoch 23.59 und 59 Sekunden vorbestellt, dann bekommt man diesen Bonus, von dem ich mal in einem Video erzählt habe. Ansonsten bekommt ihr ganz normal FIFA 12, wenn ihr es danach bestellt. Aktuell sind die Preise bei PC-Version 42 Euro, Xbox 360-Version 57 Euro und die PS3-Version mittlerweile bei 55 Euro. Also ich denke mal, die Preise sind in Ordnung und wenn ihr es morgen bestellt, dann bekommt ihr es auch am Donnerstag höchstwahrscheinlich. Und ich kann euch eins sagen, meins wurde heute abgeschickt. Das heißt, ich werde es höchstwahrscheinlich morgen bekommen. Also Amazon hat die jetzt losgeschickt, weil der Release-Tag wohl um einen Tag vorverzogen wurde. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die Spiele jetzt rausgeschickt worden, für die, die es schon vorbestellt haben. Geil! Das heißt, ich habe es morgen schon in der Post und auf der Festplatte. Und ich gucke mal, ob ich dann morgen noch ein Video schaffe dazu. Schauen wir mal, wie viel Zeit ich habe. In jedem Fall werden meine Virtual Pro Videos, Manager Videos noch fertig gemacht werden. Wenn nicht morgen dann noch bis zum Wochenende. Also auf jeden Fall werdet ihr da die Vollendung, meine vollendete Sinfonie sehen. Und ja, also wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt, dann gerne über diesen Link bestellen. Im Kanal ist einmal der Link zu FIFA 12. Pro Evolution Soccer, wer das bestellen will. Oder auch den Xbox 360 Controller, der ja extrem gut ist, finde ich. Weil ich benutze den auch zum Spielen. Beweisstück A. Und ja, auch wenn jetzt FIFA rausgekommen ist, könnt ihr gerne trotzdem noch, wenn ihr bei Amazon was bestellen wollt, über meinen Link bestellen. Geht einfach da drauf und sucht das, was ihr kaufen wollt. Also ihr seid ja erstmal bei FIFA. Das geht einfach ganz normal und ich habe was davon, ihr habt was davon. Das würde mich sehr freuen. Ich muss mich die mal angucken, hier auf dem Bildschirm. Okay, und ich will jetzt auch nicht zu viel sagen. Deswegen jetzt nur nochmal, Donnerstag erscheint FIFA dann offiziell oder morgen auch schon. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen. Und ich danke nochmal denen, die über meinen Link schon vorbestellt haben. Das waren einige und ich melde mich dann demnächst nochmal. Macht's gut. Bis dann. Euer Basti oder Modern Consumer. Und jetzt noch ausmachen.